so und da sind wir wieder bei roach legacy letzten tage kam ja keine folge tut mir ein bisschen leid aber ich warte schon sehnsüchtig jetzt am 27 kommt das spiel endlich raus in der vollversion und ich bin sehr gespannt was wir da noch so überleben werden ja und jetzt mache ich erstmal noch ein bisschen was in der demo ich bin in der demo bisher auch nicht so an meine grenzen gestoßen deswegen machen wir noch ein bisschen weiter jetzt bis zum 27 kann ich ja noch ein paar folgen raushauen so wir haben da können wir gar nichts mehr machen ich frage mich immer warum das so laut so genau ich bin nämlich mal leiser gewesen in den letzten folgen das habt ihr sicherlich gehört ich habe viel zu leise gegenüber dem spiel ja und das war ein bisschen doof aber heute bin ich auch etwas munterer und hoffe mal dass ich nicht zu fehlen werde wir haben es gerade 14 uhr 52 ich denke mal heute kommt auch noch eine folge oder so 17 uhr wenn ich es schaffe könnte gut sein dass ich die folge dann gleich hier hochlade und heute schon noch eine kommt ach so kiste 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 ja okay ich habe noch nicht so viel gold ja das war ja na gut die war nicht so egal ach du scheiße take no damage natürlich das ist doch das kannst du keinem zählen in so einem raum keinen schaden zu kriegen wer soll das schaffen map okay runter strange ich hasse diese fücher naja da haben wir hier ein bisschen gold zack das nein das ist lebt nicht so hier gibt es auch noch alter äh alter wollt ihr mich verarschen hilfe ah gott so das lebt nicht nein okay da können wir noch ein bisschen dings leben nein pisser ey so ah ich hasse diese dinger wo gehen wir jetzt denn ich glaube erstmal runter alter hilfe was 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 ist hier los help 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 das ist ja ich bin tot ja genau das war ja ne aber wir haben trotzdem gut getötet eigentlich dann nehmen wir erstmal den 300 gold können wir damit irgendwas machen 320 610 mhm 320 ne irgendwie nicht irgendwie nicht haben wir was neues ups äh achso okay geil den hab ich jetzt ausgerüstet ach das e ist immer viel equipped achso ähm magic wait gut nehmen wir das noch mit hui hui konfirm das ist halt nett für ne magische fähigkeit äh was war das denn okay das hätte ich vielleicht nicht machen sollen aber egal wir finden auch schon nochmal mana irgendwo wow ne nein 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 alter was geht ich muss Gott was was und da war schon wieder mein handy help so Gottes Willen so hier hoch äh nicht diese hä lol die sind nämlich jetzt getroffen ruff kopp da na ey das läuft gut ne komm schon geht tot man boah äh 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 okay gut dann haben wir das zum ersten mal getötet jetzt ne dann wird besser ähm war so klar das ist doch ja toll diese Räume sind teilweise echt naja so naja dann gehen wir mal weiter wen haben wir denn heute gigantism ja das könnte lustig werden 610 das ist weiter nehmen wir hier ist ab hier ist ab ist mal gut so 293 jetzt schon es wird eigentlich besser so Isaac müsste ich auch mal wieder aufnehmen fällt mir gerade so auf Isaac müsste ich auch mal wieder aufnehmen naja irgendwann kommt das auch nochmal wow ich habe mal geguckt äh ich habe jetzt mittlerweile schon 233 Videos hochgeladen und es ging schneller als wo es ging schneller als gedacht ehrlich gesagt also wenn ich mir überlege in wie kurzer Zeit ich das alles so ja das dann hochgezogen habe auch durch das Ticket Let's Play und also es ist schon Wahnsinn nein und wenn man sich überlegt ich habe den Channel irgendwann Mitte 2011 erstellt und habe gute zwei Jahre nichts hochgeladen es ist wirklich erst so in den letzten zwei zwei Monaten oder mehr weiß ich nicht ganz so so ist es dann ist es dann so erst entstanden und ich finde das ich finde die Entwicklung auch ganz gut von 15 Abonnenten jetzt mittlerweile auf 40 ich ähm bin halt so ich mache kein ich bin mache ich vielleicht auch falsch ich mache wirklich keine richtige Werbung und ähm ich würde gerne mal was vielleicht mit anderen YouTubern oder so machen um halt die Bekanntheit zu steigern ähm aber das muss man dann sehen wie man das auch hinbekommt zeitlich auch weil ich bin ja auch äh immer relativ ausgeplant und oh gehen wir nicht auf den Sack Mann ja aber wie gesagt ich würde schon gerne mal machen so einfach jetzt mit größeren YouTubern irgendwie mal was zu machen keine Ahnung muss man mal seeeeen na komm schieß schon oder du es halt nicht so naja muss man halt schauen da es ist ja auch ähm in 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 der Klasse wo ich oh cool wo ich gerade wo ich mich gerade so befinde das ist der ich bin immer so der Meinung ja klar werfen mal da gibt es immer meiner Meinung nach nicht so ne so ne nein ah warte so okay das war's egal aber noch ein bisschen gold gold ja und äh was ich so erzählen wollte in der Klasse wo ich mich so bewege also so wirklich nicht viele Abonnenten es gibt auch nicht viele gute YouTuber die jetzt wirklich so eine hohe Qualität haben ich will auch nicht sagen dass ich jetzt die höchste Qualität habe aber ich habe eine einigermaßen angemessene Grafikkarte und einigermaßen jetzt macht die da draußen das jetzt macht die da draußen mit der Heckenschere ähm ich habe einen einigermaßen guten PC und äh auch ein einigermaßen gutes Mikrofon ähm und das zeichnet ja schon so ein bisschen Qualität aus würde ich sagen oh man nervt mich doch nicht kotzt mich nicht an ey ja es macht so ich würde sagen es macht schon so ein bisschen Qualität aus oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein komm schon okay ja wie gesagt das ähm macht so ein bisschen Qualität aus würde ich sagen Alter noch mehr Gold 1000 Gold yeah so viel hätte ich noch nie ich habe einen Run heute Alter ich habe einen Run so dann mal sehen gleich ist er bestimmt vorbei immer wenn ich mich selbst lobe dann ist es bald vorbei okay nein nein ja dann lauf halt oh Gott okay noch ne noch ein Blueprint äh 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 ich bin gleich down äh äh noch ein Blueprint äh chestblade ist egal ich habe wirklich einen Run glaube ich irgendwie kann das sein äh äh Bossraum geht in meiner Verfassung eigentlich gar nicht oh geile Scheiße ähm da müsste ich vielleicht noch ein bisschen was zu essen finden bloß wo finde ich das jetzt auf die Schnelle steht drüben schon nein ja ein bisschen HP alter noch mehr Gold scheiße ich glaube danach gehen wir erstmal schön einkaufen ähm oh ich seh grad ähm ja wie es da weiter geht äh sehen wir dann in der nächsten Folge würde ich es mal so sagen nach dem Bosskampf sehen wir dann ich sag äh gönnt euch ein Abo oder lustlos bleiben bis zum nächsten Mal Tschüss